Moin moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Castle Apart exklusiv für Nintendo Switch, wie ihr gemerkt. Wir befinden uns nun mal an dem Schneeland und versuchen uns jetzt da noch umzukommen. Das ist echt höllisch schwer teilweise hier, muss ich einfach mal sagen. Und da wir nicht die Zeit verlieren, weil die nächsten Kugeln, die an dem Kopf kommen, kann ich so lange warten, weil man so viel Leben verliert. Das ist echt nervig. So. Okay. Jetzt ganz gut. Oh, die kommen bitte schneller davon. Das haben wir gerade so geschafft, ne? Das haben wir gerade so geschafft, ne? Das haben wir gerade so geschafft. Das haben wir jetzt schon mal ein Stückchen weiterheben kommen, ne? Ähm, gut. Was ist denn das? Das ist ein olden Weg mit dem Krieg? Wie kommt die Winter? Oh. Hallo. Oh nein. Das ist gar nicht so einfach. Oh. Das war ja auch ganz klar. Da werde ich schon was für draufklangeln. Sobald ich so lustig bin. Oh, du kriegst ihn ja auch mit hin. Oh, komm. Max Brauch. Oh, wie lange brauche ich denn? Okay. 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 Komm her. Oh. Man will ja nicht gegenlanden. Man will ja auch nicht drauflanden. Nö. Oh. Oh. Man will ja nicht gegenlanden. Oh. Soll das. That mei das. Auf hier. Oh. Alter. Ich schläge es noch wirklich. Ups. wo kann ich das nicht anders wegkriegen leute sagt mir nicht Okay. Hopp. Die Kommission kommt aber nicht runter, ne? Ja, ja. Okay, warte. Schreien, das ist schon mal ganz gut. Nicht ganz tot. Oh, warte. Oh, oh. Nein, das ist okay. Oh, wie toll war das denn? Kommt zu viel. Nein, gut. Macht nichts. Oh, wer geht denn hier gerade? Oh. 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 Nein, ja. Können wir noch machen. Los machen. Schaut. Das war was intelligenter. Erstmal schon mal richtig, dass es so cool aussieht. Feuer? Ja. Feuer ist gut. Da. Ob Gaz. Was. Deine. Die. Kann das auch einfach nicht dafür geben? Man. Die. 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 Okay. Mist, Mist, Mist. Oh, nächstes Strahlen. Nicht schlecht. Tolle kleine Fahrt. Oh nein. Oh nein. Na gut, nächstes Schrei, war nicht schlecht. Perfekt. Oh, da haben wir die Falle getreten hier. Stuhl. Jo, von der Scheide runter. Eins, zwei, vorbei. Eins, zwei, vorbei. Okay. Okay. Und der nächste Schwein. Okay. Eins, zwei, drei. Oh, genau. Perfektes Timing wahrscheinlich. Ja. 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 Okay. Ich bin genau in der Mitte stehen. Okay, das war ein bisschen zu getrieben. Wenn man alles haben will, tritt man alles. Probieren wir trotzdem nochmal. Perfekt. Oh, die dummen Rass sind schon wieder. So, nochmal. Jetzt schocken wir los, ganz sicher. Wo geht's eigentlich, ne? Da ist nichts passiert. Hier kommt dann eine Waffe an. Und schon wieder bei einem Schreien. Perfekt. Okay. Dann Sprungflöte. Wieder hier. Genau. Mein Treibung ist echt viel Arschbar. Boah. Okay. Oh, nicht wie. Irgendwie werde ich nicht. Okay, hier machen wir jetzt. So. Oh, warte. Hier. Oh Mann. 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 Ah ja, das ist gut. Ah, sehr gut. Ich weiß nicht, ob ich sie nicht verletzt habe. Ich habe sie aufgeregt. Oh! 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 so leute das war es mal wieder wir kommen dichter ran an den nächsten gegner so weit mal gucken wie weit wir sind genau level 5 machen wir aber nicht jetzt sondern beim nächsten mal ich danke fürs zuschauen und hoffe ihr seid wieder dabei bei der nächsten folge von castle of heart bis dahin tschüss